Tja, da ist es nun endlich soweit. Ich habe das Rewe Pistazien Eiscreme bzw. die das Rewe Eis, die Rewe Pistazien Eiscreme entdeckt und kann euch entsprechend jetzt hier das Testvideo zu diesem Eis zeigen. Nun, tatsächlich ist es insofern für mich interessant, dass es Pistazien heißt, denn ich liebe Pistazien, müsst ihr wissen. Das sind mit die leckersten Nüsse, die es gibt, finde ich, sehr aromatisch. Die richtig guten kommen übrigens aus Persien. Wenn ihr die gegessen habt, dann könnt ihr den ganzen anderen Scheiß aus dem Supermarkt vergessen, aber da kommt man nicht so einfach dran. Ich schon. Und deswegen Pistazien großartig. Schön geröstet, zum Knabbern halt oder auch als Süßspeisen verarbeitet. Ich kann noch öffnen, dass wir da neulich, muss ich mal schauen, beim Pakistaner, das gibt es so aber auch in Persien bzw. im Iran, folgende Leckerei, besorgt Sohan, vielleicht kennt ihr das. Das ist Kardamom, Safran und Pistazien obendrauf, das ist so eine Süßigkeit, das ist mit so, ich weiß gar nicht mehr, was war diese Hauptzutat? Kichererbsenmehl, glaube ich, oder so. Pflanzenöl, Rosenwasser, Weizenkeime und Zucker. Und dann aromatisiert mit den typischen Gewürzen. Göttliches Zeug, sage ich euch. Kostet eine Stange Geld, müsst ihr mal gucken. Muss nicht unbedingt aus dem Iran kommen, wobei es auch wirklich da am besten ist. Gibt es auch beim Pakistaner oder sowas. Müsst ihr einfach mal nachschauen. Kriegt ihr teilweise vielleicht auch in einer arabischen Lebenswürde geschickt. Hier steht das drauf, Sohan, so nennt sich das. Gut, das war jetzt quasi kleiner Exkurs. Pistazien, hier Pistazien, Eiscreme. Ich freue mich drauf. Fünf Zutaten nur, was eigentlich schon mal ein Qualitätsmerkmal ist. Denn erstens, oder wir haben auch noch ein weiteres Qualitätsmerkmal, nämlich, dass wir hier Eiscreme drin haben. Sprich, wir haben viel Fett aus Milch drin. Nur dann darf sich Eis auch Eiscreme nennen. Ich vergesse immer wieder, wie viel das war. Ich glaube so 15, 16, 17, 18 Prozent. Muss Milchfett sein, damit es Eiscreme heißen darf. Sonst heißt es Eis oder Speise als Zubereitung oder sonst irgendwie was. Die fünf Zutaten können wir uns einmal angucken. Und warum wenig Zutaten ein Qualitätsmerkmal ist. Sprich, wenn man dann Geschmack erzeugen möchte, dann muss von dem, was drin ist, wirklich qualitativ hochwertiges drin sein. Viel wird mit Aromen, Stabilisatoren und so weiter gearbeitet. Und wenn wir jetzt aber hier so ein Pistazieneis haben, und wir werden gleich sehen, keine Aromen, muss man hoffen, dass viel oder gut qualitative Pistazie drin ist, die dann eben den Geschmack erzeugt. Und es ist auch allgemein schön, wenn man halt nicht immer, ja, unendlich viele andere Zusatzstoffe drin hat, wie Stabilisatoren und so weiter. Man sieht also erstaunlicherweise auch, dass es ohne geht. Was fast schon verwunderlich ist. Denn das Eis ist auch lange haltbar. Oft hat Eiscreme gerade so Cremissimo für die viele Luft im Stabilisatoren, damit die Luft eben im Eis bleibt. Hier ist das eben nicht so. Trotzdem haben wir einen relativ hohen Luftzuschlag. So viel nicht. Nicht so wie bei Cremissimo. Da hat man ungefähr das Doppelte an Luft wie Volumen. Hier haben wir aber auch schon einen doch deutlichen Zuwachs vom Volumen. Bei so einem Ben-Jabby zum Beispiel hat auch fast 500 Milliliter. Das hier hat 84 und Ben-Jabby hat so 420 Gramm. Das hier hat nur 340 Gramm. Also schon etwas mehr Luft drin, aber auch nicht so viel. Und die wichtigsten Zutaten sind dann jetzt aber hier, woraus wir dann eben dieses Eiscreme bekommen. Eingedickte, entramte Milch, Sahne, 25,5 Prozent, Zucker, Hühnereigel, Pistazienmark. Zack. Die wesentlichen Zutaten für Eiscreme. So tatsächlich auch im Ben-Jabys Eisbuch. Da haben wir Zucker, wir haben Milch, wir haben Sahne, wir haben Eier. So ist die Basis auch im Ben-Jabys Eisbuch. Könnt ihr übrigens mal auf meiner Webseite gucken. Da gibt es ein Rezept für Ben-Jabys Cookie Dough Eis aus dem Ben-Jabys Rezeptbuch. Wo ich beim Thema Rewe, feine Welt bin, möchte ich euch noch das hier zeigen. Entschuldigt bitte, dass das Glas etwas beschmiert aussieht. Das ist schon länger in Benutzung. Was ich euch extrem empfehlen kann, ist dieser Aufstrich. Sanfte Pistazie von Rewe. Extrem gut. Mit der Spekulatius-Creme, die es zu Weihnachten oft auch gibt. Und auch so eine Kekscreme und Kokoscreme von denen auch. Sehr geil. Aber die sanfte Pistazie ist der Shit überhaupt. Ist jetzt schon fast aufgegessen. Ihr seht, da ist viel Pistazie drin, aber auch ein bisschen Farbstoff. Darf man nicht vergessen. Das Zeug ist genial. Morgens aufs Brötchen und so. Ich meine, wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach einen Löffel reinstecken. Aber das dürft ihr nicht zu oft machen. Das ist natürlich so eine Art Nutella. Eine volle Kanne Fett, Zucker, Kalorien. Aber sau, sau lecker. Und das intensivste Produkt mit Pistaziengeschmack, was ich kenne. Mit Abstand. Höchstens pure Pistazien. Wobei ich finde, diese Creme schmeckt nur mehr nach Pistazie als Pistazien. Aber die Süße unterstützt das vielleicht auch. Hier gucken wir jetzt aber mal das Erewe Pistazien-Eiscreme an. Hat, glaube ich, 3 Euro gekostet, der Becher. Ist preisig also eigentlich ganz okay. Besonders wenn man bedenkt, dass auf Aromen und so weiter verzichtet wird. Wobei, ich sage immer, ich habe inzwischen, ich sage mal, vor Jahren habe ich Aromen immer kritisiert. Inzwischen gibt es sie immer mehr. Da gab es auch früher schon keine Frage. Aber ich finde, wenn man eine gute Zutat benutzt, braucht man keine Aromen. So, anders denke ich mir, wenn ich jetzt Eis kaufe und es soll nach Pistazien schmecken, dann möchte ich auch, dass es nach Pistazien schmeckt. Zur Not auch mit Aromen. Versteht ihr, was ich meine, ja? Also, ich habe nicht unbedingt was dagegen, wenn es denn nützlich ist, sage ich mal. Und dann darf es natürlich aber auch nicht teuer sein. Denn wenn ein Eis sehr teuer ist, dann denke ich mir, da macht doch lieber hochwertige Zutaten rein, die den Geschmack erzeugen, statt Aromen. So, so viel dazu jedenfalls. Rewe Pistazien-Eis. Ihr könnt es hier sehen. Nicht so grün wie die Schokocreme. Am Rand schon gut angetaucht, denn ich habe es schon etwas antauen lassen. Jetzt muss ich mal eben kurz die Kamera umbauen und bin gleich wieder da. Die Draufsicht auf das Eis ist immer ein bisschen besser, wenn man die Kamera hochstellt. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe schon gesagt, drei Euro ist in Ordnung. Kalorien, kann man sehen. Geht auch fast in Richtung Ben Javis. Woran liegt es? Wir haben viel Fett, aber auch erstaunlich wenig Kohlenhydrate. Es ist nicht so viel Zucker drin, also nicht mit Zucker zugebunden. 22 Gramm Kohlenhydrate ist für Eis echt relativ wenig. Das muss man sagen. So. Ja, wir haben kein Stückchen. Das wird sehr unspektakuläres Eis wert. Also man darf jetzt hier nicht irgendwie erwarten, dass man jetzt hier karamellisierte Pistazien-Stücke drin hat und so. Denn das hier soll wohl wirklich quasi einfach nur Eiscreme sein, die den Fokus auf Pistazien-Geschmack legt. So. Und das werde ich jetzt ausprobieren. Ja, Geruch. Sehr, sehr leicht, aber Eis riechen ist auch immer schwierig. Man sieht hier schon mal übrigens gut, wie Luft im Eis drin ist. Mh. Oh. Tatsächlich sehr guter Schmelz. Da ist auch die Pistazie. Oh, lecker. Ja, wirklich, trotzdem nicht so viel Kohlenhydrate drin ist, kommt es mir doch relativ süß vor. Der Schmelz, könnt ihr sehen, ist wirklich sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Also, ich habe das auch schon etwas im Kühlschrank stehen gehabt, aber es ist so, es könnte noch weiter antauen, aber ich finde es so ehrlich gesagt optimal, ne. So kann man am, ich bin immer so einer, der so gerne am Rand lang probiert. Mhm. Ja, also es kommt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sahnig-cremig vor wie so ein Hagen-Dazs. Es ist ja auch nicht ganz so viel Sahne drin, oder? Doch, 25% ist eigentlich Hagen-Dazs, ne. Auch so in die Art, doch, 25%. Ähm. Aber es kommt mir nicht ganz so vollmundig vor, muss ich sagen. Ähm. Und was ich auch sagen muss, es schmeckt nicht so intensiv nach Pistazie. Ähm. Ja. Also, es ist nicht schlecht, aber vielleicht sind die 4% Pistazimark ein bisschen wenig. Aber trotzdem ist das Eis so von der Konsistenz gut, ne. Es ist so, es schmilzt gut. Es ist nicht so viel Luft drin. Und, ähm. Es hat auch nur gut, es schmilzt sehr gut im Mund, aber ist eben nicht ganz so cremig, finde ich. Ne. Das ist immer so ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich finde, es ist nicht ganz so vollmundig, wie manch anderes Sahne-Eis. Aber was mir halt gefällt, ist, dass es mal ein Eis ist, was sich auf das Wesentliche konzentriert. Ich kann das Video jetzt eigentlich abbrechen, denn mehr habe ich euch nicht zu zeigen. Eis. Da wird nichts drin sein. Das ist aber auch keine Kritik, ne. Auf keinen Fall. Denn, es ist wichtig, und ich lese das immer wieder, wenn ich auf Foodbox unterwegs bin, bei Instagram, und dann Bewertungen lese. Man muss bewerten Sachen, da bin ich übrigens auch sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Da lasst uns doch bitte mal in den Kommentaren darüber diskutieren. Viele tun das nicht, oder vielen ist es auch teilweise nicht bewusst, dass sie es nicht tun. Man muss Dinge immer nach dem bewerten, was sie sein wollen. Ich darf jetzt hier nicht sagen, oh, Ben & Jerry's ist viel besser, da sind voll viele Chunks und Soße drin. Warum darf man das nicht? Dieses Eis will nicht voll mit Soße sein. Es will keine Chunks haben. Deswegen darf ich nicht sagen, Ben & Jerry's ist besser, weil... Da sind mehr Chunks drin, da ist viel Soße drin, da ist Kuchen drin. Ja, das stimmt. Aber Ben & Jerry's ist nicht deswegen besser, sondern man kann sagen, mir schmeckt Ben & Jerry's besser, denn ich mag Eis lieber, wo viele Chunks drin sind. Der Vergleich hinkt, der ist unfair. Das hier soll Eiscreme sein mit Pistazie, Bäm, sonst nichts. Versteht ihr, was ich sagen will? Und das ist wirklich immer so eine Sache, über die ich mich regelmäßig aufrege, weil teilweise unreflektiert Sachen einfach nur in den Raum geworfen werden, um zu bashen oder einfach nur um rumzukacken. Aber die Leute vergleichen nicht fair und das ist nicht richtig. Was ich euch aber fairerweise sagen kann, ist, dass ich dezent enttäuscht doch bin. Ich hätte mehr Pistazie erwartet. Man muss zwar auch sagen, Pistazie ist nicht das Intensivste von allen. So eine Haselnuss zum Beispiel schmeckt viel intensiver als Pistazien. Aber ich finde trotzdem, das hier müsste mehr nach Pistazie schmecken. Ja, ich weiß nicht. Habt ihr dieses Eis schon mal probiert, dann sagt mir doch bitte, wie ihr den Pistaziengeschmack findet. Mir persönlich ist er etwas zu schwach. Trotzdem gefällt mir das Eis gut. Der Preis ist vor allem in Ordnung. Aber was nützt einem das alles, wenn es eben nicht das ist, was draufsteht? Nämlich Pistazien-Eiscreme. Weil eben der Geschmack nach Pistazie meiner Meinung nach einfach zu dezent ist. Deswegen ich diesem Eis eigentlich höchstens ein befriedigend oder ein befriedigend Minus geben kann. Warum nicht nur ein ausreichend? Ja, weil der Preis ist in Ordnung, die Konsistenz ist gut, die Zutaten sind sehr, sehr gut. Wirklich nur das Wesentliche. Und deswegen ist so mit der ausschlaggebende Faktor natürlich der Geschmack. Der sollte am stärksten werden bewertet. Und der haut eigentlich auch die ganze Note runter. Denn der Preis und die Zutaten sind eigentlich eine Eins. Aber es hapert eben am Pistaziengeschmack. Und deswegen geht es rapide nach unten auf eine 3-. So würde ich dieses Eis bewerten. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da wirklich auch immer gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir können darüber diskutieren. Und vielleicht habe ich manchmal dann auch eine andere Meinung. Weil über manche Dinge denkt man manchmal nicht nach. Die führen dann andere Leute vor Augen. Man könnte ja sagen, ja, das soll quasi... Der Fokus ist eine Eiscreme mit dezenten Pistazie. Ja, gut. Aber nee, ich denke nicht, dass es bei diesem Eis so zutrifft halt. Dass jemand eher so eine Art Sahneeis will, das so eine Note von Pistazie hat. Ich denke, dann müsste das anders betitelt werden. Wie so von wegen Sahneeis mit dezent Pistazie zum Beispiel. Ich danke euch sehr fürs Zusehen zu diesem Video. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch. Heute ist übrigens Karfreitag. Und ich werde mich jetzt wieder auf meine Couch setzen und Ni No Kuni 2 spielen. Ja, okay. Was macht ihr heute noch so? Oder wenn ihr das Video schaut, schreibt es mir in die Kommentare. Einen wunderschönen Tag nochmal und bis bald. Ciao, ciao.